Er muss aber trotzdem hier noch in kommen auf jeden Fall. Das ist ja trotzdem noch nicht zu Ende. Aber es war schon richtig geil, muss ich sagen. Und irgendwie fand ich den, weiß ich auch nicht. Also den Loki-Kampf fand ich zwar schon ein bisschen hart, aber der war jetzt nicht so krass, als wie bei Crocodile. Bei dem fand ich es sogar noch schlimmer, muss ich sagen. Aber vielleicht lag es auch daran, dass ich bei Crocodile, also ab da, noch nicht wirklich viele gute Sachen konnte und machen konnte, um halt möglichst guten Schaden austeilen zu können und etc. Denk mal daran liegt es wahrscheinlich. Es war ja gut, ich glaube jetzt müssen wir runter. Oder was, oder müssen wir hoch? Nee, hier runter kann man eh nicht, also muss man wahrscheinlich hoch. Ich bin jetzt gerade wie. Ach, ich glaube hier muss man irgendwie hin, glaube ich. Oder lang. Okay, hier ist schon mal los. Aber irgendwo da. Oder man muss hier hoch, glaube ich. Ja, ich glaube man muss hier hoch. Ja. So viele Schlachtschiffe, es ist genau wie letztes Mal. Und was ich vorhin noch sagen wollte, weil Wappi halt, ähm, allein gegen Lucky gekämpft hat, deswegen, ah, da sind Lithop und Cranky, nice. Ähm, deswegen haben wir bei ihnen halt auch nur eine Fähigkeit bekommen. Ähm, mal schauen, was, äh, Wappi Lukis Hut macht, also was der bringt. Angriff, nice. 622 Angriff, nicht schlecht. Mal gucken. Ja, das könnte man bei Wappi sogar auch nochmal auswechseln, quasi. Könnte man machen. Bei Robin allerdings auch. Das würde auch gehen. Ich hoffe nicht. Bei Shanzi eigentlich auch, ja. Da ist halt die Frage, wer von denen halt wieder am meisten Angriff vielleicht benötigen könnte. Raffi, Robin, Shanzi oder Nami. Ja, der 4, deswegen, mal schauen. Äh, Raffi hat Angriff 2356. Robin irgendwie immer noch mit am wenigsten wahrscheinlich von allen 4. Äh, ich hoffe, 2000, dann wird das. Shanzi ist 2350. Äh, 2000. Ja, dann auf jeden Fall Robin, würde ich sagen. Geben wir ihr das. Und, ja. Nice. Somit haben wir noch dieses andere noch frei. 570 Angriffe, echtes Kraft, nämlich. Da können wir auch nochmal gucken. Robin haben wir jetzt ja gegeben. 570, ja. Bei Shanzi könnte man das reinmachen. Aber auch bei Nami. Oder bei, ähm... Ne, bei Raffi nicht. Ne, der hat genug. Also bei Raffi auf jeden Fall nicht. Aber bei Nami und bei Shanzi würde es sich auf jeden Fall auch nochmal lohnen. Am meisten, aber bei Nami glaube ich am meisten. Und wird wahrscheinlich auch so sein. 1905. Und Nami, ja. Auf jeden Fall Nami, safe. Dann nehmen wir das raus und machen da jetzt... Ex-Kraft rein. Zack, boom. Jetzt macht die nämlich 2769 Schaden. Holy fucking shit. Mal gucken, ob wir nochmal auswechseln können. Für Shanzi vielleicht, oder so. Ja, das wird dann eher weniger sein. 290 Angriff. 290 Angriff. 287 288 wahrscheinlich auch nicht IP naja ok ich glaube das war es also ich glaube da ist jetzt doch nichts mehr würde ich nochmal irgendwie lohnt das irgendwas auszutauschen ne ich glaube nicht mein Name war es von Storm ähm äh wahrscheinlich 557 ja ist eigentlich schon das ist gut eigentlich ja gut perfekt ja dann lol hier sind die Varenische schon so ich glaube hier ist wahrscheinlich auch höchstwahrscheinlich nicht das ist einfach rein gar nicht ja genau Seht hier eigentlich, in welcher Lage wir uns befinden. Vor uns sitzt nur das Meer und hinter uns die Marine. Dann müssen wir wohl nach vorn. Lissop ist der Ruck vorbei getreten. Tschüss zu meinem Fäckchen, ist der Ruck vorbei getreten. Nice. Ja, ist natürlich klar. Ich würde jetzt auch wieder zurückkommen. Komme von Ines Lobby, überquere die Brücke. Loll. Das hatte man ja einen Trailer gesehen. Also gezeigt, oder? Nice. Hey, wo wollt ihr hin? Das ist zu viel. Selbst für uns. Gehen wir weiter. Ja, okay. Schade. Hey, ich hab's doch gesagt. Ist schon gut. Lauf einfach. WTF? Ob da waren die Leute? Ich höre eine Stimme. Ja, ich auch, Chopper. Boah, Huck. Auf, hey. Warum redest du da eigentlich? Lauf einfach weiter. Oh, du bist wieder da. Ich hab's wieder mit dir. Ja, der Truss wird immer heftiger, aber wir haben fast geschafft. Nein. Alles ist schon richtig nice. Ich hab mich jetzt lang genug zusammengerissen. So. Wir sind da. Nice. Das war's.